Vitali Rudnitzki die die Kampfrechter lieben. Der bringt die Bodenübung fast fehlerfrei zu Ende. Das ist ihm gestern nicht gelungen, als der Mehrkampffinale auf Rang 27 landete. Und weshalb? Wegen einer verpatzten Bodenübung. 8,175 Punkte gab es gestern für ihn. Wenn das heute nicht mehr gibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt wird es spannend. Schafft es der Weißruss vielleicht die drei führenden? Dimitri Karbonenko, Alexey Nemov und Li Xiaoping. An der Spitze 1-Zone hoch. Dieser Doppelsalto mit eingelagerter Längenachsendrehung. Das wird spannend. Leider nur 9,262 Punkte. Damit wird er nicht einverstanden sein. Das ist bitter. Das tut ihm weh. Aber jetzt naht die Entscheidung. Evgeny Shukov aus Russland. Letzter Turn an diesem Gerät. Vielleicht noch einmal der Zwischenstand. Auf Platz 1. Alexey Nemov mit 9,625 Punkten. Vor Dimitri Karbonenko 9,550. Und Li Xiaoping aus China 9,537. Schön der Kontersalto. Dann Chancellor von der Berggung aus Rabb 52,545 mag. pieglar. 可是、 Nu Xiaoping los. Und auch da muss er einen Schritt nach vorn machen, was für ihn einen Schritt nach hinten bedeutet, in der Platzierung. Wenn man es denn so ausdrücken darf, denn als letzter gestartet, kommt er jetzt erst in die Wertung. Dann nimmt Alexey Nemov schon die Glückwünsche entgegen. Da gibt es keinen Zweifel dran, auch wenn die Wertung noch nicht raus ist für Yevgeny Schukov. Für ihn freut es mich ganz besonders, nachdem er gestern einer der Favoriten fast jämmerlich absteigen musste von den Ringen, weil er Probleme mit dem Riemchen hatte. Jetzt also die Bestätigung, ich kann es doch, ich bin Weltmeister Alexey Nemov. Weltmeister 1997 am Boden. Da ist nochmal die Gesamtwertung auf einen Blick. Alexey Nemov auf Platz 1 vor Dimitri Karbonenko aus Frankreich. Sie, Chiao Peng wird Dritter. Und die Platzierung dahinter entspricht. Mit dem stufenbaren Finale der Damen, nachdem der erste Einzelweltmeister am Boden bei den Herren gekürt ist, sind es nun die Frauen, die die Beste der Welt unter sich ausmachen. Hohe Favoritin, das hat der Vorkampf und auch das Mehrkampffinale gezeigt, ist Svetlana Horkina, die gestern mit einer beeindruckenden Übung am Stufenbarren noch im letzten Moment Simona Amanar auf den zweiten Platz verweisen konnte. Da gab es betrübte Gesichter, nicht nur bei Simona Amanar, auch bei Gina Gocjan. Gocjan auf dem vierten Rang am Ende. Und Jelena Produnova wurde ja zweiter. Aber Svetlana Horkina mit dieser angesprochenen stufenbaren Übung katapultierte sich am Ende noch einmal vom vierten auf den ersten Platz nach vorne. Brach in Tränen aus, da sehen wir sie gerade im Bild. Die Russin Und wurde Mannschaftsweltmeisterin und damit Nachfolgerin von Lilja Podkopayva aus der Ukraine, die, ich erwähnte es eingangs, verletzt passen musste. Das ist die Startliste. Gina Gocjan, Adrian Vaga aus Ungarn, Jelena Dolko Polova, Mohini Badwai aus den USA, Xu Duan aus China, Gu Yan Yuan ebenfalls aus China, Svetlana Horkina und die zweite aus dem Einzelmeerkampf, Simona Amanar aus Rumänien. Und gleichzeitig erleben wir das Finale am Pauschenpferd bei den Herren Marius Orsica aus Rumänien, Jin Jin Sang, Nikolai Krukow, Erik Pujard, Sultan Zupola, der Ungar, Adrian Jankulesko aus Rumänien, Pegel Su aus Nordkorea und wir achten auf Valery Belenki, der als Achter. Diese Endausscheidung erreichte. Das heute also sein erster Auftritt am Seitpferd. Später werden wir noch wiedersehen. Gina Gocjan, die ja nach diesen Weltmeisterschaften ihre Turnkarriere beenden wird, sie will Trainerin werden, möchte sich hier allerdings natürlich mit einem Titel verabschieden. gestern wäre sie fast aufs Treppchen gekommen. Und dann blieb nur der undankbare vierte Platz im Einzelmeerkampf-Finale. Etwas bitter für sie, die ja schon so lange dabei ist. 9,6 für den ersten Sprung. Das kann sie besser. Na bitte, wer zeigt sie, welch sichere Springerin sie ist. Die 20-Jährige, die in Barcelona 1992 bei den Olympischen Spielen schon dabei war. Hier nochmal der Sprung, zweite Flugphase. Schöne Körperbreitenachsendrehung mit einer halben Längsachsendrehung in den Stand. 9,6 auch für den zweiten Sprung. Das macht in der Addition 9,6 bis zum nächsten Mal. 0,6 5,6